2 Mark Sachsen, Entschuldigung, 2 Mark Bayern Auto von 1888, ein Jahrstyp mit kleinen Ortlern. Stück hat minimale Spuren, vom Ausdruck mit Granate. So eine Münze kann in so einer Haltung bei schnell 1000 Euro Handel kosten oder auch was mehr. Das ist jetzt die Vorderseite, 2 Mark Stück. Hier sieht man den Riffel ran, das haben sie schön gemacht, dass man reinschauen kann. Und das ist die Rückseite, ein kleiner Adler, also eine super Haltung, wie ich finde. Aber ich denke die meisten werden das ähnlich sehen. Jetzt zeige ich euch noch den Crate. Der Crate ist LS 64. Super Haltung 65 ist sehr selten. Also das war der 2er Bayern. Tschüss.